Schauen wir mal an. So, jetzt mal schauen. Oh lol, okay. You're reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The sea water that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was six years old she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I... I was... So, Emma survived the ordeal? Yeah. But my father didn't. So, you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore. That she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the cam-off. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Alles klar. So. Okay, now it's only here. Okay, here we go not further. A little bit. Blöd. Die Steuerung ist da sehr gewöhnungsbedürftig. Syneration, wunderbar. Was ist das denn eine Mine? Okay, ah, aufschreien. Komm schon. Oh. Oh, shit. Boah, gar nicht kompliziert. Ich freue mich, ich sehe auch den Scheiß. Alter. Komm schon. Mach das Ding auf. Einmal nach oben, bitte. Hallo? Alter. Aha, die Tür geht nicht auf. Okay, wir sind da. Hallo. Oh, nein. Ah, ich dachte so. Wie. Wie. Oh, nein. Du wusstest, dass ich komme? Du bist eine Verlust. Ich kann dich nicht interferieren mit Arsenal-Gear. Die Frau ist nur vor. Sie ist kein Wunsch bei uns jetzt. Aber sie hat uns gut gemacht als live-Bett für den großen Fisch. Crazy Ivan, manchmal spricht die Wahrheit. Emma ist live? Sie war ein paar Tage vor. Aber die Flöten hat sich ziemlich ernst. Ich würde mich nicht überrascht, wenn sie eine Mörme jetzt ist. Was? Du glaubst wirklich, dass die Präsidenten die Verlust ein Nucleer würde? Denken Sie wieder. Ich habe das nicht gemacht. Arsenal ist immer noch mit einem Pumpte von Hydrogen. Pumpte von Hydrogen? Das ist kein Pumpte von Nucleer. Das Pumpte von Nucleer fügt. 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 Und das Publikt glaubte jedes Wort. Nachdem die Stato von Nucleer gefällt. Das macht eine Dorelu vor, was wir dazu sagen müssen, auf funcionnie. Unser Ziel ist, dass sie von der Gl 360-Marschland leiden. Und wegzunne diesen Welt der Gewalt, die sie mit denen erschienen. Tatsächlich kann das gut sein, ja. Tatsächlich kann das nicht so gut sein, nicht wahr? Du wißt du? Es ist ein Schade, dass du nicht lange genug sein kannst, um sie das Programm zu handeln. Das ist kein Seawater, du wißt du. Es ist ein Produkt von den Mikroben enthalten in der Pool. Oh, shit. Sure. Okay. Okay, wenn er leuchtet, kriegen wir den nicht und wenn er nicht leuchtet, ist alles für mich. Okay, wo ist er? Hey, bleib jetzt so lange unter Wasser? Troffen. Ich, ich. Okay. Komm schon, hör auf zu leuchten, du Twilight Vampir. Ich habe gerade noch rechtzeitig getroffen. Nice. Heieieieieieiei. Heieieieieiei... Heieieieiei... Okay. Ahhhhhhhh! Ich glaub Parationer übrig, das kann ich ja jetzt mal machen. So, böse! Das hat aber gerade viel Schaden gemacht. Oh, okay, jetzt wird der lästig. Ow. Ow. Okay. Ow. 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 My body. Ow. 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 Alles klar. Erst mal drüber reden. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for Arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B-2 in the core of Shell-1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. All right. Let's go. Oh. Or am I still? Ah, doch, 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 ich muss wieder tauchen. Okay. Okay, und nochmal. Ich habe diesmal hier keine Karte. Das ist ein bisschen kacke. Ei, 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 ei. Wassermine. Mir kommt drauf, die Idee. Okay, das Päckchen kann ich jetzt so nicht aufnehmen. Dann lasse ich es. Hm, bin ich richtig? Komm schon. Danke. Dass ich eine verdammte Übersicht für die Anlage kriege. Nice. Du bist gut? Wer bist du? Raiden, ich werde dich aus hier raus. Geh mich raus? Du lebst. Wo gehst du mich diese Zeit? Was sagst du? Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier. Ich werde das feststellen. Hast du Nanos? Was? Na, hast du? Ich mache. Jeder hat diesen Projekt. Okay, gut. Wir versuchen. Kannst du mich jetzt hören? Nanos? Das ist richtig. Ich habe Nanos auch. Dann bist du nicht einer von ihnen. Das habe ich versucht, dir zu erzählen. Und du kamst, um mich zu retten? Eigentlich, ich brauche deine Hilfe, um Arsenaal zu stoppen. Ich verstehe, du bist der einzige, der kann das tun. Und wer hat das gesagt? Der Präsident. Wirklich? Ich brauche dich mit mir zu Shell 1. Dein Bruder ist für dich da. Mein Bruder? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir müssen uns weitergehen. Das Ort wird bald flügel. Ich könnte mich. Ich kann... Ich kann nicht über rênen. Ich kann dich sehr über- Das jetzt hier. Das ist kein Problem. 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 Das ist kein Problem.